Statt zu bauen in Apokalypse Horst Horst Kein Orgasmus Leck mich Das ist aber geil Guck da wär etwa noch andere Leute Äh nein Hast du Husten? Oh mein Gott ist das euer Herbst Leute Das ist der Tee Verdammt ich hab vergessen wo ich mich niedergelassen habe Okay das ist jetzt äußerst schlecht Oh 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 Fuck nicht sterben bitte nicht sterben Nein 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 Stopp stop 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 Dieses erotische Gestöhne Oh er ist tot Das macht mich geil Offizielle Aktualisierung 4 zu 1 zu 0 zu 0 Wer ist denn einmal gestorben? Äh Der Auswanderer Äh Das war so fies Ich stand an der Klippe und er hat Wollte grad nur ganz ganz heimlich einen Baum fällen Ja das kommt von so viel Heimlichkeit Ähh Ich bin so schlecht ich bin einmal gestorben Ich hab mich voll Ich hab das Fünf Meter erst raus zu raus So Ich muss jetzt wieder da rein und meine Sachen holen Verdammt wo war Wo bin ich? das frage ich mich auch manchmal nicht und wenn ja wie viele es ist immer noch 12 12 42 mein herr 42 21 ist nur die halbe wahrheit 8 krieg besucht oben ich höre eine tür da kommt gleich ein zombie vorbei ja du kannst auch ruhig machen was ist wenn da gleich ein dämon vorbeikommt kann auch ruhig machen kein problem überall diese scheiß riesenbäume rieseneichen aber ich möchte auch gerne mal kleinere haben sagt man kann man eigentlich nur absilien mit der art und er also geht das sonst mit nichts anderem also kein tnt keine ender drachen kann gar nichts kann es mir deine rüstung heim mit leiden ja wieso leiden ja ich möchte sie auf wirst du auch wieder wirst du einfach meine ganzen truhen durch ihn auch was du hast da oben ja ich will das neue furchte erholen und ich gibt ja ein rüstungszahlen okay überlebe ich nicht okay die perl ich gebe dir okay jetzt sitzt er jetzt ist er erheben er ist das übertrieben das ist ein spaß vorbei ich nehme ein bisschen essen mit halt stopp das ist viel also ich mag andreas ja der ist total sozial an und wiederum dass sie können das auch mal einst du sagst du so holen auch 1 1 1 auf mich hat es jetzt keiner gehört vielleicht ist total auch was mit vitamin gehört ja gut er musste nicht auch wieder die domine geholfen fliegen durch zwei Stück krumm ich bin der erste hier in den ganzen Projekten Bogen und kriegst nicht solche Scheiß das ich habe es gewohnt zu töten Rassismus ich habe kein Bogen nötig ich bin gut genug auch verliebt so ist das geil hojo ja die fliegen alle noch rum schlägt mal gerätselt komisches Zeichen Angelegenheit heiße Angelegenheit kannst du nicht lesen da steht was anderes heiß ne warte hi männliches Zeichen eh Angelegenheit richtig kriegst einen Keks na komm hier los ich stehe nach Wüst ich warte nö erst mal kommt 2.000 Böcke zu mir ran ich bin jetzt ein Outlaw ein Outlaw ich war doch der Auswanderer ja aber ok ich bin der Auswanderer er ist der Aussätzige so sieht es aus er wurde ausgesetzt naja ich habe mich selber ausgesetzt aber scheiß drauf bla 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 alle durcheinander reden bla bla so ist es professionell oh mein Gott das einzige was weg ist ist mein Schnell rede mir nicht dazwischen Schnauze oh man oh es wird Nacht können wir uns alle mal ins Bettchen legen für den Meter wer doch nie wieder rauskommen hier noch besser muss sich mal ins Bett legen natürlich nicht oder ich bin ganz schnell zu Grün ins Haus ich muss mal ganz schnell zu mir rausgehen ich werde euch allen ein Stellbuchchen hinterlassen falls ihr mich finden solltet mhm Fear Creeper aah oh ich würde gerne in Lava oh ich habe eine Idee ich habe Glasflaschen ich habe eine Lohnrute ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe kein Holz Scheiße Lohnrute ich bin im Bett Lohnrute Green wo war doch mal dein Bunker irgendwo in der Nähe vom Turm im Loch ja in einem Loch ist welche noch aber irgendwo in der Nähe ist die gut äh keine Ahnung mehr wenn du ich glaube wenn du vor der Tür stehst irgendwo am Weizenfeld vorbei dann noch 50 Schritte zum Cosinus Quadrat 32 Geistig genau da auch wenn es keinen Sinn ergibt weil man braucht zum Cosinus Quadrat 32 Cosinus Quadrat 32 Schneemann mit äh Bett gehen ist jetzt nicht viel also kann ich wieder rausgehen oder nee nee warte ich bin gleich da ich habe das Loch gefunden ich habe gerade eine Entdeckung gemacht Kisten in der Neter Festung what 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 oh ich im Bett ja mein Kopf ist im Innendrin aber schön ach ich habe auch das ausgefunden was ich gesucht habe ach bist du jetzt auch schon im Bett ja Neterwarzen ohne Ende hier ganzen Warzen mitnehmen wer ist noch nicht im Bett ich bin im Neter na ich glaube beim Neter muss man auch im Bett liegen geht nicht wenn du auf dem Neter auf ähm Bett drückst dann explodiert das ja ich bin ja trotzdem auf dem Server auch ist aber schön aber nicht an der Oberwelt ach dann gehe ich wieder auf Farben und sollte beide im Neter nee ich bin aber man tun der Ete die bis zum Bett ich war eben im Bett aber da nichts passiert ist wie viel aufgestanden ja sehr merkwürdig ich kann mich gern noch mal reinlegen der Lager alle im Bett das wäre voll unnötig jetzt noch mal hinzulaufen und nötig echt mal ja auch voll unnötig professionell aber ich habe meine ersten jemanden äh Lobkanzler vorzeigen dass die Pferde gab ich hab jetzt schon sagt war Prozent naja irgendwo und da wo ich war auch ach da ja 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 ein sehr genauer ich habe in der Aufnahme nur kurz die Zahlen eingeblendet aber ich hab's mir nicht nur schiefen ja fail ha fail Fertalty 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 das Pferd kann ich mir abschränken wo bin ich also wenn ein Pferd oder wenn du ein Pferd auf deinem Gesicht hast würde ich mir Sorgen machen ja ich hätte ganz keinen Timbermord ey ah schon eine Zeit hätte er es sagst so viel Holzgeklopfer ach jetzt sehe ich auch was du meintest mit das nur noch zum Drittel da ja das war ja auch noch so zu einem Drittel da jup das ist voll merkwürdig funktionieren tut es aber noch immerhin wie geil wärs wenn es nicht funktionieren würde ich hab nen Vollzeit gefunden also von daher verdammt ich hätte jetzt mal so nen Block abbauen sollen kann ich machen wenn du möchtest ja wenn du das aber in der normalen Welt abbaust bleibt du es im Meta trotzdem stehen und aber dann äh Sponsor aber bei einem randomly spawnt Neta-Porter auf naja und dann nicht immer ne beim ersten mal nicht das ist dann glaube ich auch in der Nähe weil wegen Weltverschiebungen und so na irgendwo in der Nähe von äh so und so viel Blöcken naja ein Block im Neta sind sieben Blöcke in der Oberwelt wenn sie es nicht geändert haben was ich hier welcher alle auskennen ja man kann ich weiß es auch nicht vor Gott besser mein Haus wenn sich darüber beschränkt sich kein Leben hat und da achten wie ich hatte ich ich habe so ein selteneser Wende für mich sind nur so Informationsmerkungen ich höre ich gleich finden es ist mein Schatz nix da ah du blödes Gelände es gibt es nur auf die Fresse so oh oh rückzug rückzug weisen abbrechen 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 oh ah Creeper Creeper nein ich will dir wenn du hier irgendwas hochjagst töd ich dich das ist dann aber nicht mein Problem gib mir Pfeile ich helfe dir dann Skelett und Creepers ne scheiß Kombi na eigentlich gut dann kannst du mit dem Skelett den Creeper den Creeper den Creeper das Skelett sollte den Creeper abschießen dann kriegst du ne Schallplatte fertig ja aber die Skelette haben in letzter Zeit so ein seltenes Talent dafür direkt immer neben den Creeper zu schießen einfach so lange zu warten bis du dann wieder in ihr Visier kommst ich kenne aber ne Möglichkeit ne Schallplattenfarm zu errichten die funktioniert doch sogar einwandfrei und wie das ist mein Geheimnis Copyright und so Copyright ja da ist potent drauf also ich ganz ehrlich die Skelett haben einfach Aimbot das ist doch unfair zweimal sterben in einer Aufnahme juhu die hatten alle bei Legolas Unterricht was willst du machen ja die schießen zwei Pfeile ich brauche nur noch so ein Legapro und spielt da wer Hexit? ja aber ich gucke mal das Hero-Projekt und zwar von jedem der mitmacht oh mein Gott Außer von Broken Thumbs Stadt Pink Stadt Pink macht ich hab das mir am Anfang ich hab das mir mal am Anfang angeschaut dann hab ich mir so gedacht die spielen mir zu luschig Mün mit ne Hexit kenne ich bis jetzt immer noch gar nicht ich wollte sie am Artikel vorgenommen aber daraus wurde bis jetzt ist nichts das ist muss das zu können also ist so geil zusammengewürfelt er kann essen was soll der Gäste der Mannhaus rum ich will schon weg das heißt Landstreicher nur weil ich keine Heimat habe hier auch voll gemein nicht so aggressiv für ihr ruhig ich stelle schon meinen mein Wohnkreis einmal nicht zu den Minderheiten und dann will sie da nicht mal wohnen das ist voll rassistisch ich wohne doch da ich lag doch schon im Bett bekomme ich mein Bett mitgenommen so ich brauche was zu essen oh Gott jetzt stelle ich an der Vergiftung alter ich dachte ich hätte nur Hunger nein alter was ist das für eine Kacke zwei Skelette drei Zombies und ein Creeper hier Finishing ich hab schon wieder vergessen was ich gebaut hab verdammt die haben so ich geh mal wieder ein bisschen unter Tage in den Neta treu ich mich immer noch nicht Prosti ich denke nicht Neta ist eigentlich voll chillig es gibt eine Quarzsteuer die hab ich gerade eben ja oh du hast 10% des Quarzes an mich 25% davon gehen dann kommen wieder an mich ja so und dann der Rest darf dann behalten werden ne der Rest wird dann zu wohlfältigen Zwecken gespendet ich bin wieder da ja wie kommst du zurück ein diplomatischer Besuch von außen oh man verdammt wo mein Loch ist achso da steht ja schon die ganze äh was bist du n alter Landstreicher der mobbt mich ne nicht du jetzt wollen wir da eben also aus dem Landstreicher ja was magst du ich bin aber auch einer so oh Cripper dass du aber auch immer ein Orgasmus bekommen musst wenn du irgendwie in Gefahren schwebst ja das wirklich ge- hab wirklich das Gefühl dass dich Gefahren geil machen ja gar nicht was was oh ich brennt wirklich wie Weizen ich hab ganz viel Weed jetzt wird erstmal geraucht Leute oh ja Weed Lord of the Weed zweimal im dunklen Land viele viele Jahren ach du scheiße soll ich meinen Miengang flutet na wunderbar oh von wegen Feuerwerk hab noch nicht getroffen ich hab das gesehen ich nicht was was aha die spielen grad irgendwelche schmutzige Spielchen Minecraft ja mit dem Sex-Mord dum 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 na kann mir jemand mal etwas Kohle leihen oder schenken oder nein ich sterbe nicht komm her ich geb's dir hast du mir grad was geklaut nein ich hab dir nichts geklaut nein ich hab dir nichts geklaut nein ich hab dir nichts geklaut hä ich hab dir ein Schild hingestellt mhm wahrscheinlich mit meinem Holz oh das Schild war in deiner Kiste okay ich werf dir alles wieder hier hin oh meine Sache das haben wir ja das hier ganz viel Steine das hier das hier das hier das ist eine Strafe zeig dich an bei der Polizei die es noch nicht gibt ich bin die Staatspolizei ich bin die Weltpolizei hier du bist soweit ich der Sch- ja wollte ich grad sagen Staatspolizei kannst du nicht sagen du bist ja nicht in unserem Staat doch in deinem eigenen Staat ich hab euch eingenommen als ihr es nicht gemerkt habt klar ja ich hab's auch gesagt noch darf ich mir mal etwas Kohle von ihr nehmen so 3,4 für meine Kohle hätte ich geklaut das stimmt doch gar nicht also deine Sachen liegen übrigens ne meine Sachen die samm ich jetzt ein cool die werden dann verzeiht ey da fehlt was ne das weißt du mein Schwert mein Bogen meine Pfeile Überfall äh Schwert habe Bogen habe ich Schwert habe ich nicht Lüg nicht meine Fackeln sag mal nein ich will das noch meine Sachen wieder ja die Fackeln kannst du von mir welche haben ja meine Pfeile 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 das können auch nicht so hier ich geb dir meine ganzen Pfeile mehr hab ich nicht ich häng dir auch noch eine Spende hast du wo ist das wenn wir diese spendablen Leute hier ja krieg ich's kotzen hier du armer Hund wo sind die Pfeile ja da liegen sie doch bei der Fackel das ist bloß ein Pfeil das ist meiner das ist einer darf ich mir mal ah jetzt hat er sie auch gesammelt tötet ihn nein tötet mich nicht mir die her Apokalypse Bonka warte ich komm zu warte ich komm zu euch warte ich komm zu euch ich übernehme das Tötet das ist bloß da achso das ist auch das wäre bloß der eine Pfeile das das du hast nichts da ist nichts ok ich glaube ich nehme er hier mal auf aus seinem offen 3 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 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 14 also ich mag meinen Biom hier immer mehr und mehr 15 14 15 15 18 15 15 16 18 16 16 18 19 21 mit Prozent mit nur mit Sand drumherum und gibt es die ganzen ganzen tollen Bäume hier doch die Bäume ja das kenne ich auch super Bäume diese Ruhr-Eichen, warum immer die heißen? Schwarzholz-Eichen? Schwarz-Schwarz-Eichen ach du scheiße schon wieder Wasser was gibt's doch dann gibt's hier überall große Pilze ja jetzt bist du neidisch, ne? nein ihr wohnt ja in der Pampa neben der Wüste also ich wohne hier so richtig schön ich wohne in der Wüste, okay? aber es sieht trotzdem geil aus hier und ich wohne unter der Wüste, bitch ja in meinem Haus look at my house, my house is amazing er wohne einfach in meinem Bunker, wohne einfach weil ich denen erst gesagt hätte, dass er da wohnt aber in Wirklichkeit kriegt das gar nicht du wirst es bereuen, ich werde ihn in die Luft jagen ach so, ja hast du ja ich werde ihn in die Luft jagen den Bunker, okay gut dann komm her wenn die Apokalypse anfangen sollte, keine Chance zu überleben typisch Menschen, was machen sie in der Apokalypse erstmal gegenseitig bekloppen? klar, nochmal das ist wirklich so voll bescheuert, wie kann man so dumm sein? wie kann man so dumm sein? heuho, die Sonne also ich baue ein unterirdisches Tunnelsystem, was die komplette hier kommt die Sonne ja, falls dieses komische Sonnensystem Crack-Teil-Mod kommen sollte Solar-Apokalypse ja genau, dieser komische Mod da dann baue ich mir ein Straßennetz Solar-Apokalypse am Straßennetz Solar-Apokalypse falls es eine Apokalypse geben sollte, dann wandern euch aus nö, das hab ich schon übernommen, das gibt's nicht besonders bei einer Solar-Apokalypse, ne? bringt's auch voll viel wegzulaufen ja ach, du bist es nur ich will nur gucken, wie sich das hier so verändert hat das hat sich bisher noch gar nicht verändert, seit du das letzte Mal geguckt hast ich baue gerade den Hafen ich sollte vielleicht nicht immer so ein Haus leer stehen lassen und dann einfach das nächste bauen, das ist echt nicht dumm das ist das typische Gronk-Syndrom er hat deinen Namen gesagt jetzt muss noch verlinken ja ja, weil er hat die Abos nötig, ne? ja der kann mal 10% von seinen Abos uns geben oh, das wär aber schön damit steht der Mann auf einen Schlag Let's Tuddle ein der hast schon wieder einen Namen gesagt also, man ey der Krimi-Copyright-Strike, weil du irgendwelche Namen benutzt und die benutzen andere Namen und deswegen benutzt benutzt okay, jetzt hab ich noch eine Band genannt jetzt kriegt man noch einen Gamer-Strike cool vielleicht kriegt der ja auch Geld dafür, wenn er die Namen nennt, wer weiß sicher was? ach so, ich bekomm dafür sogar ein 500er? auch geil okay, ähm, ja, die sind die beste Band überhaupt und ich höre die jeden Tag ich nicht du hast alle Alben hab ich sogar wirklich alle 4 3 ich hab aber mehr als 3 Alben es sind 7 17 ja, 17, nein, es sind 7 17 ja, 17 bah ja und wessen Gesicht hast du nur schon wieder geschaut? Greens wo bist du denn? kacken das ist doch gar nicht hier das weiß er bloß nicht okay was? ich hab's nicht gehört, sprich lauter was? ich höre dich auch nicht du musst ein bisschen brüllen, bis hier nach drüben kommt häh Telefonverbindung ist schlecht ach doch, dagegen kann ich nichts machen oder so, das ist jetzt nicht mein Problem erstmal bei Telekom beschweren ja ach, deswegen warst du grad weg dein Lüfter geht aber auch jede Aufnahme echt ab, ne? meiner? ja ja irgendwie schon Minecraft das sind ja ne Rasenmäher ne Einzylinder pom 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 vielleicht nehm ich ja gerade draußen auf, im Garten wieso? macht, 54, ja aber ohne Licht, ja ja gut, äh, ein Laptop leuchtet sich ja selbst, das ist so ich hab hier im Garten so nen Fluglichtschein, ja verstehen, damit geht das ganz gut blaustrahler ist so, wird schön warm ja ich hab in der Hölle gefunden so, statt gar hier und ich bin auf Ebene einer 1 oder 2 Jahre gekommen ja ja, äh, äh, ja boah ja 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 das ist ja bestimmt nett ne ich bin der Einzige der was cooles findet ne ich bin der Einzige der was cooles findet ne ich bin der Einzige der was cooles findet ja 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 ja